So, willkommen wieder bei der GANZ-Show. Ich überlege mir gerade, welche Klasse ich nehme. Ich nehme die Klassiker, aber gesagt, ich nehme eine PAMKAN und die kann ich ja überall nehmen. Und zwar nehme ich die Usas, ohne irgendwelche Zusätze. Das sieht man schon, da habe ich schon mal ein bisschen dran rumprobiert. Na ja. Da muss ich was nehmen. Das ist aber nicht der Ernst, oder? Das lag auf der Splitter, vielleicht steht auch nicht Schrot. Dann nehme ich Schrot. Tut mir leid, die kann ich anscheinend nicht komplett offen spielen. Ja, aber ich denke, Schrot, das ist das, was man am Anfang dann hat. Das weiß ich. Und ja, deswegen nehme ich das jetzt. Ganz einfach. Deswegen. Oh je. Oh je. Jawoll. Ein auf Nubi, Nubi. Ach, komm, da kommt noch einer mit der Armbrüche. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Kommt schon. Sei dir. Lauft in meine Pamp rein. Das Problem ist, ich kann da nur auf nahe Distanz was ausrichten. Sie haben mal gut. Dafür eignet sich die Map eigentlich gar nicht mal so. Oh, komm, mach den Alarm aus. Geht, das sind einige. Ich werfe auch mal eins. Also schmeißen Medics. Medi-Packs. So mache ich das auch. So. Das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Wie ich einfach keine Chance gehabt habe. Mann, und dann kommt dieser Wichser noch mal runter. Lass mich doch hier leben. Oh, ich muss doch nur nachladen. Das ist Wahnsinn. Ah, das ist komischerweise immer so. Wenn an der Treppe was los ist, ist da hinten, hockt oben ein Spass. Der hockt die ganze Zeit jetzt da. Und man merkt, ah, ich kann ja Kills rausholen. Der hockt die ganze Zeit, bis er weggeholt wird. Hockt der Konstanz in seiner Ecke. Hammer. Hammer, einfach nur. Ja, was sage ich, Leute? Ja, machs nix. Hockt immer noch hinten in seiner Ecke. War klar. Den holt man da auch nicht weg. Das ist so einer, den muss man echt da rausprügeln dann schon. Oh, Mann, hä. Oh, Gott. Und tschüss. Boah. Boah, die Spawns gerade, gell? Ja, gehen wir nämlich hin. Die Spawns sind gerade echt zum Kotzen, aber wie? Hammer. Ich brauche ja schon kurz Medic. Das ist krass. Die Usas, die macht kein Damage mehr. Die war früher so krass. Und jetzt seit neuestem brauch ich echt ein Magazin bald für einen. Das ist leider wahr. Ich mach' nicht mal Heldmark auf die Entfernung. Scheiße. Sieh' mich nicht, du sieh' mich nicht, du sieh' mich nicht. Da seh' ich mich. Oh, wie schnell ich weg bin. Ich hab' keine Chance. Mit der Waffe krieg' ich sie noch mehr als mit der Sniper. Ja, der Erste beleidigt uns schon, ja. Ja. Ah, ich kann mich halt schon Gott, ähm, Ding, als Pump Noob hier bezeichnen. Ich triff' mir diesem Ding halt nix. Das ist echt phänomenal. Also, ich bin keine Bedrohung für die. Hm. Wow. Brauche ja echt richtig, richtig viel Schuss. Nein, und jetzt kommt, jetzt kommen sie von hinten. Nee, oder? Das kann einfach nicht mehr wahr sein. Wir haben B unten. Wieso kommen die von hinten? Mann. Mit dem hätte ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. Ja, komm. Krieg's ja nicht. Ich krieg's einfach nicht dauernd. Ich kann machen, was ich will. Ah, komm, vollkommen. Ach, der ist unter mir scheiße. Schön. Jawohl. Geht's auch doch hoch. Echt. Boah. Echt. Ist grad so schlimm. Oh, Mann. Und ich werd' geholt. Ich muss natürlich, wenn jemand vor mir ist. Ich muss wie immer nachladen. Ach, Gott, du. Naja, sieben Schuss. Na, ist echt. Naja. Naja. Immerhin. Ja, Leute. Mann. Warum? Lasst mir doch meine Kills, bitte. Hammer. Für ein Gegner. Ein Gegner, ein Magazin. Das ist krass, Gott. Echt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich wollt' nur gucken, ob da immer das hilft hat. Mad. Nein. Und hinter mir. Boah. Müssen wir echt so'n Timer setzen. So wie auch wir eigentlich von hinter gekillt werden. Premium Bitch. Mach'n Premium Bitch. Bill. Na, na, ich glaube, sehe ich mir. Ich muss eh wieder einunderlanden. Hehehe. Ach Gott. Ach, ich denke, ich hol den vielleicht noch, weil der mich so nett geholt hat. Die ganze Zeit. Nachladen. Hier der Schuss. Das Gold wert, wie ihr wisst. dann komm Leute das gewinne mal zu haben also sowas muss aber wirklich nicht sein Alter Schwede ich guck sogar noch in die Richtung weil ich mir schon denke Bewegungsmelder da muss einer sein also sowas ist krank sowas ist das ist schon bestialisch wenn man es so kämpft sorry ich muss ja das ohne Sekundärwaffe geht fast schnell bei der Waffe nicht das ist phänomenal die ist so schnell leer geschossen ich nehme automatisch wenn ich nachlade muss ich meine Sekundärwaffe in die Hand das ist voll krass die zählen schon hier rein dubbel Kiegel ich habe wieder Munizio und ich habe wieder Munizio ja ich habe keine Chance Usas ist glaube ich eine der schlechtsten Pumps wo man nehmen kann vom Damage her meine ich jetzt halt also ich meine also die wurde ganz schön zurückgeschraubt also meine Herren herr wenn sie an wenn sie schon angefragt sind kein Problem da hinten ist ganz hinten seiner Grandin holt dich eh nicht weg schleich mich jetzt einfach ganz frech hier durch schütteln ich war nix der Bonner glaube ich hier das war es mit meiner Usas bin ich froh dass es vorbei ist hei 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 und ich verabschiede mich mal wieder mit einem knappen Sieg und sagt vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal tschau tschau